Von der Sonne beschienen im Liegestuhl. Das tut gut, jetzt Anfang September, dass die Tage noch einmal so richtig schön sind und die Sonne scheint. Das erquickt das Herz, denn der September, der hat's meistens in sich. Schulanfang, vieles, was wieder losgeht im Alltag. Da erquickt die Sonne das Herz. Kennen Sie das alte Wort erquicken? Man verwendet es kaum noch, aber es ist eigentlich ein sehr schönes Wort. Es gehört auch zu dem bekannten Psalm 23. Du erquickst meine Seele. Die Sonne erquickt mich gerade. Und ich lade sie herzlich ein, mit der mobilen Kanzel hoch in den Harz zu faun, um nach den Dingen zu schauen, die auch unser Herz erquicken. Der Psalm 23 ist nicht nur ein gute Laune-Psalm, sondern ein Psalm, der uns wirklich erquicken will. Auf Dinge weisen, die unserem Herzen, unserer Seele gut tun. Manchmal in Stress, manchmal in Traurigkeit, manchmal auch im Alltag. Der Herr ist mein Hürde, so beginnt es, und dann er führt mich auf grüne Auen. Hier gibt es die goldene Aue hinter mir, die aber an vielen Stellen jetzt schon wieder langsam grün wird. Dort, wo die Neuaussaat schon wieder durchkommt. Der Blick in die Natur, der erquickt. Hier in die Weite schauen, dort unten äsen Rehe. Man sieht die große Landschaft, das tut uns gut. Die biblische Sicht auf die Natur, sie würde sagen, Gottes Schöpfung. Uns gegeben, dass es uns gut tut und uns erquickt. Also vielleicht, wenn Sie einmal in dunklen Zeiten sind oder auch in stressigen Zeiten und Sie schauen vom Auto auf in die Landschaft, das erquickt. Wenn man das alte Wort erquicken umschreiben will, dann müsste man vielleicht sagen, neu beleben, stärken, frisch machen. Das ist etwas, was wir Menschen brauchen. Im Psalm 23, da wird das Erquicken mit den wunderbaren grünen Auen verbunden mit der Weite der Landschaft. Und auch mit den Wegen. Er führt mich auf rechter Straße. Wenn man aus Breitenbach den Hessenstieg Richtung Wolfsberg fährt, da begrüßt ein Wald einen Rastplatz. Rasten, Erquicken, auf dem Weg sein. Auch Wege tun uns gut. Zu laufen, in dem Fall wie ich auch mal mit dem Roller, aber in Bewegung sein, die Natur in sich aufnehmen. Auch das erquickt unsere Seele. Also das Laufen und das Unterwegssein und im Laufen auch mit manchen Gedanken, was war, wie es ist, was uns beschäftigt. Und auch mit manchen Gedanken daran, dass wir nicht alleine gehen, dass jemand mit uns geht. Auch wenn man es manchmal gar nicht merkt und es Zeiten gibt, in dunklen Tälern, wo man es gar nicht spürt. Aber dass wir auf einem Weg sind, wo wir nicht alleine sind. Wenn man hier dem Hessenstieg folgt und dann rein in den Wald fährt, Richtung Wolfsberg runter, dann ist es ein ziemlicher Einschnitt. Es wird dunkel und es ist ein matschiger Weg. Nicht gedacht für einen Roller, wahrscheinlich eher für einen Geländewagen oder für jemand, der gut zu Fuß ist. Im Leben, da gibt es Wege, die uns zerquicken. Aber manchmal werden wir auch Wege geführt, wo man sich nicht sicher ist, wie es weitergeht, warum etwas geschieht. Auch das ist Teil des Lebens, so wie es auch Teil dieses Weges ist. Ich freue mich, ihr Geist! Von Breitenbach über den Hessenstieg, dunkel im Wald, glitschig und nass, hierher nach Wolfsberg. Und das erste, was man nach dem Tennisplatz sieht, ist hier das Wolfsberger Bad. Ein Weg zum Erquicken. Ich weiß, jetzt ist September, die Saison ist schon seit zwei Wochen vorbei, darum fließt das Wasser hier langsam raus. Aber auch das Wasser gehört mit zur Erquickung, von der der Psalm 23 spricht. Er führt mich zu frischem Wasser. Mein Weg hat sich auch hier hin zum frischen Wasser von Wolfsberg geschlängelt. Der ganze Psalm, der über das Erquicken spricht, über das neue Kraftbekommen, das Auffrischen, das Belebtsein, bei den grünen Auen, beim Blick in die Natur, bei den Wegen, auf denen wir gehen, die wir geführt werden, auch in dunklen Tälern. Dieser Psalm, der dann am frischen Wasser ist, der beginnt ja mit diesen einfachen Worten, der Herr ist mein Hirte. Weil unser Gott uns erquicken will, mit uns geht, durch Zeiten, die gut sind oder durch Zeiten, die manchmal auch schwer sind. Unser Gott ist da. Ich freue mich von Herzen an der Natur hier an dieser Gegend zwischen Breitenbach und Wolfsberg. Aber ich freue mich auch, dass ich einen Gott habe, der mit mir geht. Hoffentlich auch mit Ihnen. Bleiben Sie behüten. Sei behüten. Sei behüten. Auf deinen Wegen, wohin du gehst. Sei behüten. Gott ist bei dir. Aller Zeit. Sei behüten. Sei behüten.